So Leute, jetzt habt ihr euch echt was Gescheites ausgesorgt. Wir machen euch jetzt mal so richtig fertig. Wir sind gnadenlos. Das riecht toll, ich muss die Schmutz drauf auf die Matte. Was meinst du, die Michi hat dies drauf? Geht so. Ich muss mal ein bisschen blöd, dann machen wir es mal. Ich muss mal ein bisschen blöd, dann machen wir es mal. Ich bin mir gar nicht so gut. Ihr seid doch bestimmt noch fit für eine zweite Runde, oder? Ich werde jetzt noch eine Runde laufen. Ja? Ja. Okay. Ich werde jetzt noch ein bisschen blöd, dann machen wir es mal. Untertitelung des ZDF, 2020